Am 20. Januar ist Landtagswahl. Eigentlich habe ich gar keine Lust zu wählen. Ich meine, ich wüsste noch nicht mal, welche Partei ich wählen soll. Vielleicht helfen mir ja die Spitzenkandidaten der einzelnen Parteien bei der Entscheidung. Hallo, lieber Genosse und potenzieller Wähler. Ich bin Stefan Weil, Spitzenkandidat der SPD. Und ich möchte dir jetzt erklären, warum es wichtig ist, dass du mich wählst. Weil die niedersächsische Landtagswahl vor der Tür steht. Du sollst mich wählen, weil ich mich um soziale und demokratische Aspekte kümmere. Und weil ich für Gemeinschaft und Arbeiter kämpfe. Weil ich mich um deine Interessen kümmere. Und weil ich die Nähe zum Menschen liebe. Wenn du mich wählst, bist du cool. Guten Tag. Ich bin David McAllister. Ich habe schottische Wurzeln und bin außerdem amtierender Ministerpräsident von Niedersachsen. Auch diese Landtagswahl werde ich wieder der Spitzenkandidat der CDU sein. Wir haben schon in den letzten fünf Jahren bewiesen, wie effizient wir unsere Ideen umsetzen und wie gut wir uns für unsere Wähler einsetzen. So machen wir es. Lieber Naturwursche, ich versuche dir unsere Partei näher zu bringen. Ein Stück unserer Partei habe ich dir mitgebracht. Wir stehen für Natur und für die Energiewende. Ich hoffe, dass du uns willst. Guten Tag. Ich bin Stefan Bürkner, der Spitzenkandidat von der FDP. Und möchte Ihnen heute meine Partei näher bringen. Sie lieben Geld. Sie lieben Fakten. Dann sind Sie auch bei uns genau richtig. Denn wir lieben das Geld. Und natürlich lieben wir auch Sie. Lust aufs Wählen habe ich jetzt bekommen. Ein Glück, dass diese komischen Vögel nicht unsere Waren Spitzenkandidaten sind. Wie ist es eigentlich mit euch? Am 20. Januar habe ich nicht nur Geburtstag, da ist auch Landtagswahl. Und wir brauchen eure Stimme für eine erfolgreiche Politik. Also wie sieht es aus? Können wir mit deiner Stimme rechnen? Und wir brauchen die Stimme.